Hi Leute, hier ist der Thorsten und in diesem Video geht es mal um ein neues Download-Training. Ihr habt mir ja schon öfter mal geschrieben, wann denn ein neues kommt und ich freue mich natürlich auch über das ganze positive Feedback, das ihr mir so schreibt. Und jetzt ist es endlich soweit, ich habe ein neues Video-Training gemacht und ja, da möchte ich euch jetzt einfach mal ein bisschen was dazu erzählen. Also im letzten Video-Training ging es ja darum, Bilder eben gezielt zu bearbeiten, da in Lightroom das Ganze. Und da haben wir eben verschiedene Bilder bearbeitet und in dem neuen Training jetzt geht es darum, dass man eben ein Bild von A bis Z macht. Also wirklich von der Idee zum finalen Bild, das heißt es ist alles enthalten, auch Fotografie-Part, Vorbereitungen natürlich, was man alles so braucht und dann auch die Lightroom-Auswahl, die Photoshop-Bearbeitung und so weiter. Und ich habe auch bei dem Training darauf geachtet, dass es alles so ein bisschen low-budget ist, also kein teures Equipment oder irgendwie sonst irgendwas Spezielles. Es geht wirklich alles auch zu Hause im Wohnzimmer oder ähnliches, ihr könnt da einfach auch das Ganze nachmachen. Und das geht sogar mit einem Aufsteckblitz, also es ist nicht viel Blitzleistung im Spiel und so weiter. Und darauf habe ich eben ein bisschen geachtet, denn ja, viele haben eben nicht wirklich ein großes Studio oder viel Platz oder eben die neueste, allerbeste Technik und so weiter. Und ich bin eben der Meinung, dass man das auch gar nicht braucht, um solche Bilder zu erstellen. Ja, das komplette Training hat eine Spielzeit von ca. 95 Minuten, da wird dann alles erklärt und des Weiteren ist im Download natürlich noch einiges mehr enthalten. Also es sind zum Beispiel RAW-Bilder dabei und natürlich auch das, das komplett im Training bearbeitet wird und auch noch andere, damit ihr einfach selbst ein bisschen rumprobieren könnt. Und es ist das ganze Bildmaterial dabei, also die Bildeffekte, die man einbauen kann. Dann kann man auch damit üben und einfach auch selbst viele Effekte kreieren sozusagen. Man hat da eben Spielraum, das sind nämlich 20 Dateien mit verschiedenen Sachen. Dann ist die komplette Photoshop-Datei dabei, so wie ich sie während dem Training auch erstellt habe. Also ihr seht dann alle Ebeln auch komplett so final. Und mit diesem kompletten Paket könnt ihr dann eben selbst natürlich 1 zu 1 während dem Training mitmachen. Oder ihr schaut euch einfach die PSD-Datei an und seht, was ich genau gemacht habe. Oder ihr probiert einfach selbst an euren eigenen Bildern dann aus. Oder ihr kreiert selbst neue Bilder durch die vorherigen Fotografie-Sachen, die ich ja gezeigt habe. Fügt dann Effekte ein, die ja dabei sind und so weiter. Also da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten, wie man dann auch seine eigenen Bilder eben dadurch interessanter gestalten kann. Es wurde mit Photoshop CS6 gearbeitet. Also das ist natürlich auch mit anderen Versionen dann alles machbar. Es wurden auch keine Plugins oder Ähnliches benutzt. Es wurden wirklich nur die Standardsachen von Photoshop benutzt. Also die Bordmittel sozusagen, keine extra Plugins oder Ähnliches. Das heißt, es ist auch für die meisten eigentlich oder für alle, die Photoshop haben, eben machbar. Zu bekommen ist das Ganze über meinen Shop. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung und auch am Ende des Videos nochmal. Und natürlich auch hier schon eingeblendet. Und da gibt es auch einen Aktionspreis, einen Einführungspreis. Der geht bis 17.12. Da bekommt ihr das Training eben etwas günstiger. Also wenn ihr euch schnell entscheidet, einfach vielleicht selbst ein Weihnachtsgeschenk machen wollt oder Ähnliches, dann schaut direkt mal nach. Dann spart ihr noch ein paar Euro. Und des Weiteren gibt es auch ein Bundle. Also das heißt, das erste Training von mir und das zweite Training bekommt ihr auch zusammen. Dann spart ihr noch ein paar Euro. Und dann könnt ihr euch die Sachen eben zusammen runterladen. Gleich in einem, falls ihr das erste Training noch nicht habt. Ja, das ist schon mal so das Wichtigste zu dem Training. Ihr könnt auch auf der Produktseite schauen. Da sind noch weitere Infos. Da findet ihr zum Beispiel auch ein komplettes Inhaltsverzeichnis und viele weitere Infos. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben. Da findet ihr überall den Link auch zu meinem Kontaktformular, auch in dieser Videobeschreibung jetzt zum Beispiel. Und da ist es gar kein Problem, wenn ihr mir einfach mal schreibt, eure Fragen schickt und dann werde ich die natürlich auch beantworten. Wenn ihr jetzt direkt zum Training wollt, dann klickt hier oben drauf. Da ist das neue Training direkt verlinkt. Und wenn ihr euch für das Wandel interessiert mit beiden Trainings in einem, dann klickt hier unten drunter. Dann gelangt ihr nämlich direkt dorthin. Ja, das war es eigentlich soweit. Ich möchte noch kurz sagen, dass ihr mich mit einem Kauf natürlich auch unterstützt für viele weitere kostenlose Videos und Inhalte. Wenn ihr da auch Vorschläge habt oder ähnliches, schickt sie mir gerne per Mail und dann werde ich sehen, was sich da machen lässt. Es sind schon einige neue Sachen im Kasten. Die wird es dann auch nächstes Jahr geben und da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ja, dann schon mal vielen Dank fürs Unterstützen, für den Kauf und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!